Hallo und herzlich Willkommen zu Superjump... Superjump? Legen wir los? Wir legen einfach los. Wir brauchen, glaube ich, wahrscheinlich sowieso lange noch. Na toll, direkt runtergefallen. Ich stehe auf einem Kuchen. Auf dem Kuchen hast du nichts zu suchen. Ja, echt? Na toll. Ruffy könnte Rapper werden, einfach. Oh, ja. Kuchen, Kuchen. Ah, nichts zu suchen. Auf dem Kuchen kann man nicht schleiden. Schleiden? Sliden. Mann, wie ich einfach den einen Kuchensprung nicht schaffe. Ich aber auch nicht, ne? Alter, Alter. Der hier, der hier. Was ist er? WTF? Jawoll, ich habe den Kuchen geschafft. Ich spring einfach drüber. Ach, leck mich doch. So, wo ist denn jetzt hin? Ich bin schon mal einen Schritt voraus. Endshaft? Alter, wie... Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ich glaube geradeaus. Alter, leck mich doch. Hallo? Nein, da muss ich von ganz vorne anfangen. Ja. Sauber. Boah, ich glaube wir werden hier die ganze Folge einfach diesen einen Pakuno machen. Ich will aber nicht die ganze Zeit auf Kuchen springen. Was hast du für eine Karte ausgesucht, ey? Ja. Wonderland, da wird gesagt. Verrückte Monko-Karte. Jawoll. Oh, wie ich drüber geslidet bin. Oh, wie ich drüber geslidet bin. Oh. Okay. Nein, nein, das ist doch zum Kotzen, Alter. Wer baut diesen Kuchen hier hin? Oh, da hinten ist schon ein Ende. Das heißt schon... Bitte! Nein! Wie schlecht, wie schlecht ich bin. Und schon wieder vergessen, dass man... Kann ich mal zählen. Dass man nicht gebückt... Dass man gebückt trotzdem runterfällt von diesem Kuchen. Ey, leck mich an. Lecko mio. Probis. Alter, jetzt bin ich fast auf diesem komischen... Naja... Flauschigen Baum runtergefallen. Flauschi Baum? Hashtag Flauschi Baum. Nein. Flauschi Baum. Weit bist du denn? Ich bin aber noch am... Nein! Nein! Ich hab den einfachsten Sprung einfach nicht gepackt. Das ist mega bitter. Weißt du, so einen Block auseinandersprung hab ich einfach nicht gepackt. Das war mega traurig. Alter! Ey, ich schaff's nicht! Ich guck... Ich guck für mich drüber. Aber diese Kuchen machen mich so ein bisschen psychisch fertig. Das geht gar nicht. Ganz dezent, ey. Ey, ich komm nicht rüber. Geht einfach nicht. So, jetzt bin ich schon wieder hinten auf den Kuchen. Alter! Alter! Ich häng noch ein bisschen hier vorne rum, ne? Also wenn ich noch ein Skill weniger hab als bei normalen Survival Games, ne, dann ist es Jump'n'Run bei Minecraft. Dafür kann ich schön bauen. Ey, das ist echt... Ey, das ist echt... Ey, das ist echt... Ey, das ist echt... Na, auch noch Leitern, an die man ran springen muss, ich werde verrückt. Nee! Ich krieg... Ich komm nicht über den dritten Sprung raus. Ne! Unschaffbar! Alter! Du bist denn da hinten? Ja, genau. Und ich bin wieder am Anfang. Ja. Du kannst da hinten nach oben klettern und dann kannst du auf den nächsten Kuchen springen. Nein! Ich ja noch ein... Nein! Ach, scheiße. Ist das... Das hab ich's einmal geschafft, ey. Ist das bitter! Ist das bitter, Junge! Ist das nicht scheiße! Kennst du das? Wenn manche Leute hier so die Karte einfach mal in der Minute alle mal durchspielen? So regelmäßig? Ja. Ja, ja. Aber ich glaub dafür braucht man Skill. Ach, toll. Weißt du... Weißt du, warum wir Dragon Escape nicht hochgeladen haben? Ey! Äh... Weil bei der Hälfte die Folge nicht aufgenommen wurde? Und weil wir alle gefailt haben? Ne, das ist das ja nicht. Das hätten wir ja hochgeladen. Das ist mir relativ lax. Ja! So, dann machst du noch die 50 voll und dann... Ja! Dann verzweifeln wir und suchen jetzt eine neue Karte. Die 50? 50 Versuchers! Heilig, aber... WTF! Nein! Okay, ich hab's voll, du... Ich hab's wieder, lass mich wenigstens auf diesen einen Lauf hier... ...versuchen! Aber man wird schon ehrgeizig, ne? Mit der Zeit. Ist schön. Wenn man einfach wieder ein Stück weiter kommt... Auch wenn es ein auf den Sack geht? Dann... Geh... Da... Alter, was du... Aber ich fehle einfach an diesem dritten Sprung und das... Es geht einfach nicht. So, ich bin wieder oben. Sauber. Das geht einfach gar nicht. Es geht einfach überhaupt... Es geht einfach gar nicht. Es geht einfach überhaupt... 54... 54... 54... 74... 90... Zwei... 2014... Knowing... Knit оченьảy... Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt drauf... Na geil... Ich bin aufm Pilz draufgefallen, wo er eigentlich eigentlich nicht drauf fallen soll. sauber jetzt versuch ich es hier unten rum epic ich nehme einen anderen weg das gibt es nicht scheiße hier geht es mir weiter das funktioniert aber jetzt nicht mehr so gut wollen wir noch mal eine andere karte spielen oder wollen wir die folge nur auf dieser karte spielen sobald ich noch einmal gefällt habe dann abdampfen kann ich lange dauern ja da ist es schon passiert dann komm ich geb auch ich mache den schub dann kriegst du den sieg schubwagen betta kommt schon gibt mir den game selector danke irgendetwas anders kein wonderland bitte kein wonderland komm her komm her komm her mein super jump so lift of saturn ringe red growth sky rays streamline icy peaks nein 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 scotched earth and the world 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 und sich jetzt panda vorgeschlagen und da können wir dann auch noch mal machen du und deine scheiße idee ich sehe ich sehe dich nicht komm schon hauptsache der zweite sprung ist schon wieder für mich nicht schaffbar aufgrund von fehlender kompetenz und der erste jetzt schon jetzt wird langsam feindlich nach gott ja genau direkt doppel fail einfach weiter wo dass du dasselbe verkackst wie ich erst den zweiten dann den ersten was ich falle in den zweiten rein und lauf noch weiter und schlaufe deswegen automatisch vorne noch mal rein ist immer ein doppelter perfekt er kommt schon die es labern und die schlaufe ich schaffte einfach schon den zweiten sprung nicht mache ich mit dem doppelsprung das geht doppelsprung sobald wird auf den ersten gedanken bis kurz danach machst du das einfach durch das klappt bei mir auch nicht so recht doch doch klappt alter der nächste sprung ist voll affig kennst du das wenn er einfach mal nicht nicht mehr sprint ist oder einfach nicht springt ja ja wenn du einfach gerade runter fällt alter komm schon das wird peinlich das ist jetzt schon peinlich was hast du für einen map vorschlag gemacht ey nee das war nicht meine idee ich wollte ich wollte ich kann da haben nein das habe ich was zeichwort geklärt hatte wir betteln uns aber auch ne ich wollte noch mal erklären wer die 100 als erstes hat hat nicht gewonnen ich bin alle dachte toll und rückwärts reingelaufen ich auch alter kommt schon wieder rückwärts reingelaufen noch mal ich höre ich höre ich führe was mich eingeholt sehe ich das kannst du nicht auf dir sitzen lassen direkt noch mal reingefallen kein fall da muss ich automatisch noch reinfallen einfach wenn ich schon sehe dass es hier bergauf geht da krieg ich es kotzen sauber daneben gesprungen sagt der server irgendwann selber aufgrund von inkompetenz gekickt also bei 999 fehlversuchen minecraft stürzt ab scoreboard konnte nicht mehr haben wir haben wie bei fischslab sorry leute unser minecraft ist komplett gecrasht wir eilen aber auch ne ja genau wir eilen mega krank weißt du kann man nicht mal so eine mapchen machen wo man einfach nur so kurze sprünge hat das bieter banken fest schneller schafft nicht ob man es überhaupt schon ein ist nicht drin es ist nicht drin schicken die gar hatte ich mich in der woher nein nein ich habe zu sprinten rückwärts reingefallen in den grüßen kompetent kompetent und natschorten hat ja nicht sprintet jetzt hätte ich gerade mal auf meinen ticker gucken müssen er ist einfach eine halbe nein alter 53 ich habe versucht mich immer noch zu retten weil es nicht über die kante laufe und hab dann einfach mal nachdem ich gestorben sofort in die andere richtung rein ich bin auch zu stur aber dann beim rückwärts laufen schiff zu drücken um an die kante zu laufen also selbst dann falle ich rein ich weiß auch nicht was da los ist nein achso ja ich auch so die ersten drei sprünge sind eigentlich leicht sobald es bergauf geht ist assi da war ich auch schon mal ein stück aber ist glaube ich nicht sofort ende ne nach so zwei aufsprüngen ja ja ist dann schon noch ein bisschen nein fast den vierten sprung geschafft wie er aufhört zu sprinten wenn ich auf den bin zu sprinten der counter wie er aussteigt einfach ey 4 und 5 die klappe alter ich hab mich ja diesmal retten können ich habe mich sogar jetzt einmal retten können dann bin nicht reingefallen ok ich muss sagen die map war zwar jetzt meine ideen aber das spart deine idee was das spiel ja ja ist ja eigentlich auch ein schönes spiel wenn man es mal ein bisschen mit kürzeren sprüngen gemacht hat weißt du mir hätte auch schon so ein weg gereicht über den ich laufen muss einfach eine brücke wer läuft schneller über die brücke oh mein gott ich bin wieder an dem bergaufdingern ich schweig ey wie ich einfach straight in den lava reinlaufen das ist unfassbar so inkompetent kann man einfach nicht sein ich stehe echt bei 84 85 halt die klappe 85 ausgesprochen schon die 86 da ich sprinte halt sofort los ne ist er fährst du ach gott ach gott wie ich einfach immer diesen verkackten vierten also mir reicht es die hundert die hundert noch rein noch die hundert noch oh mein gott ich kann jetzt den letzten versuch nicht so ganz heftig vergolden gleich so als einmal noch konzentriert jeden sprung für sich ok hundert diesmal darfst du aufgeben ich gehe zum habe jetzt reicht das was so verfick ich habe das spiel gewonnen jetzt will ich panda spielen lass mich kann das spiel an der du hast du so kacke gewählt wonderland ja 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 laufen und arschbomben in lava machen das ist deine wahl gewesen ok dann jetzt da ich bin gespannt jetzt kommt panda panda ist bestimmt ja super bei bambus alter hör auf das sieht doch wenigstens nicht ganz so creepy aus natürlich nicht das einmal ein freier ausziehe super super er sprintet erst mal gar nicht finde ich schon mal gut aber die springen sind wenigstens machbar ist mal ernsthaft wenn er sprinten würde ja alter komm schon nein da ist der erste tot und dachte schon jetzt kommt die masterrunde ohne zu sterben ja das wäre es gewesen nach dem epic fail in der runde davor das wäre es gewesen oh 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 das wäre es gewesen ja komm schon printet doch einfach ja spring doch einfach joshi spring doch einfach springen macht das spiel ein bisschen einfacher ja ne das habe ich gehört so soll auch so sein ich habe aber noch keinen panda gesehen alter jetzt kommen schon Sprünge wo du einfach 10 Milliarden Meter runter springst ja nein kennst du das wenn du doppelt springst aus Versehen wenn du schon auf dem Block gelandet bist nein kenn ich nicht also du hast den Sprung geschafft und dann dann springst du einfach nochmal und fliegst einfach voll drüber WT fucking F WT fucking F die Sterne will ich sehen ich habe keinen Bock mehr jetzt sie hat ja durchgerusht gerusht nein ich habe es übereilt oh mein Gott dieser Sprung ist zu einfach oh mein Gott kannst du jetzt mir die Sprünge zu einfach werden oh nein 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 Tadadadow Tadadow nein da ist ein Ziel da ist ein Ziel nein das war eine schöne Karte das war eine schöne Karte aber komm wir eine Runde machen wir noch oder ja das ist auch nochmal eine Chance das ich will jetzt eine Revanche haben ich will jetzt eine Revanche es steht 1 zu 0 in 3 Spielen du darfst auch die Map aussuchen ok 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 nether fällt schon mal raus hier steht Ash Ketchum vor mir Cave finde ich ja nicht schlecht Cave, ja Oder auch Ocean Ich finde Skyrace auch cool Man muss Skyrace machen, oder? Und dann haben wir die Halloween Warte, aber stopp, 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 stopp Nein, hier steht der Easy und Hab und so was bei Was? Bei mir nicht Hier an den, nein, hier an den Wänden, aber Ach so Wonderland war moderat, genau Was? Wie hieß das Ding, wo wir zwischendurch drin waren? Äh, Underworld Way Das steht als hart drin, okay Oh yeah, oh yeah, oh yeah Äh Nee, ich bin für Ocean Ocean oder Lost City klingt auch irgendwie gut Ich guck mal kurz, ob das schwer ist Äh Ich glaube, die sind hier als erstes gelistet, das sind ein bisschen die leichten, oder? Ocean, ja, nimm Ocean Lost City Lost City hätte man auch kaufen müssen Ja Nimm wir Ocean Hallo, Raffi Na du? Na? Na, meinst du wär's schneller? Na ja, du Alter, jetzt hast du den ersten Sprung schon verkackt Ich hab den zweiten Sprung verkackt tatsächlich Okay, da ist auch meine verkackt Ach, leck mich doch Der Punkt, wenn du drüber springst Ich find so, 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 so Save Points ganz geil Das wär nicht schlecht Also mir gefallen die leichten Karten aber wesentlich besser Wen wundert's, wen wundert's Wen wundert's Ich hab jemanden ins Wasser blumsen hören Halt die Klappe Nein Ich hab mich ins Wasser blumsen hören Dahinten ist ein Schiff Wahrscheinlich müssen wir da hin Ne, das ist wie eine Kurve Eine Kurve machen wir nicht Sonst wär's schwierig, das anzugleichen Dass wir den gleichen Weg laufen Na, jetzt hab ich aber noch keinen Stopp Sprung Sprung Ach, komm schon Sprung 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 Ich will's eigentlich nicht die ganze Zeit weitermachen Scheiße Komm, sag ich mal nicht Sprung, fall ich runter Gibt's noch erleichtere Maps? Ja, Panda Ja, Panda Das war machbar Aber all dies geht ja auch nicht eigentlich Eigentlich Aber ich fall trotzdem immer runter Ich weiß nicht warum Ich glaub, uns fehlt die Übung einfach Ach, komm schon Wirklich Natürlich Jetzt musst du 10 Milliarden Blöcke runterspringen Alter, den hätte ich fast gefehlt Ah, Mann, oh Ja, sicher Weißt du, was am Ende kommt? Ne Dann sag ich's dir nicht Dann wirst du selber gleich fluchen Ja, wenn ich bis dahin komme Ich erzähl's dir notfalls, wenn ich's schaffen sollte Also genau das, was ich nicht kann Kommt am Ende Hä, wo Zäune springen oder was? Genau Gut Dann beenden wir jetzt diese Aufnahme an dieser Stelle Ach, so ein Mist Ich fehle immer an diesem Einsprung Jetzt am ersten Am zweiten Scheiße, ich habe aber auch immer den gleichen Gefühlt Ich kann noch nicht über den hinaus Ich schaff den auch nur welchen im Doppelsprung machen Also den vorher schon ansp... Also den im Durchlaufen machen Boah, das war jetzt mal eine gute Serie Und schon wieder schaffe ich den nicht So zwei Sprünge, die ich einfach nicht schaffe Nein Jetzt war ich schon weiter als... Oh 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 Nein, doch Nein, doch Oh Alter, was eine Serie Was eine Serie Ich hasse diese Folge jetzt schon einfach Nein Der letzte Sprung nach oben Und ich fehle ihn Ach, ist das traurig Kennst du das, wenn es einfach nur traurig ist? Ja, einfach nur traurig Ei Ja Traurig ist, dass die Leute eigentlich immer in so einer Minute durch sind Weißt du, wir wissen es bei den leichten Karten, also? Ja Das ist traurig genug, da hast du recht Ach Gottchen, ey Gottchen, das ist ja kein Träumchen, ja? Kein Träumchen Hi, du bist ich bin bei dir Wie kann man das lösen, das Problemchen? Auf dem Fensterchen, Serverchen, Schließchen Oh mein Gott, ey Weißt du, ich bin noch gar nicht nervös, weil ich sowieso weiß, ich verkacke Sauber Ganz saures Ding Nein Alles okay? Ja, na klar Der geschildeste Mensch der Welt Der geschildeste Ja, Mann, ja, Mann Das waren die leichtesten Sprünge Jetzt wieder dieser Sprung nach unten Ich frage mich, ob dieser Sprung nach unten sein soll Ich sehe dich aber auch nicht Alter, komm schon Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ich kann sowas nicht Ach, das ist eine Zaun-Kombi Jawohl Ja! Ja, alles klar Ich gehe hier einfach mal ein bisschen unter Boah, wie hart anstrengend, ey Oh nein Wenn ihr sehen wollt, wie scheiße dieses verkackte Ende ist Dann guckt mal bei mir rein, wenn ihr gerade beim Kale seid Ja Guckt bitte einfach die ganze Folge bei Ruffy bei sich an Komm, wollen wir noch eine? Komm, wir machen mal eine längere Folge daraus Damit wir es nochmal ein, zwei Meter schaffen Dann komm her Ja, ich sitze Jetzt darf ich aber auch so ungemehr Ja, warte, warte Guck dir erstmal die Wand an Da siehst du ja, was easy und hart ist Ja, ich denke Ich denke, in der Liste, die ich sehe Ist es von oben nach unten sortiert nach Schwierigkeit Also, okay Bei Snake steht ganz vorne als erstes Müsste die leichteste sein Hart Wirklich? Ja Okay, Pixel Pixel, 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 Pixel Pixel moderat Also, ich kenne immer die einfachen Saturn wäre einfach Redgrave wäre einfach Thanksgiving wäre einfach Halloween Ocean Void Cave Arena Und Nether Void Das, was mir am wenigsten sagt, was es sein könnte Ja, Void ist denn das die Leere, nichts Ja, wunderbar Hi Hi Ach, hast du eine schöne Karte ausgesucht? Ja, ja Ich finde die ganz angenehm Auch wenn ich schon runtergefallen bin Das hat nichts darüber auszusagen, dass die Karte scheiße ist Das stimmt aber Bei mir fehlt einfach der Skill Ich suche ihn auch gerade Wer sucht, der findet Nicht in dem Fall Nein, der vorletzte Sprung und ich packe ihn nicht Du musst wissen, dass du schon am vorletzten Sprung warst Dann packe ich den dritten Sprung zweimal in Folge nicht Was? Beste Beste, beste Nein, 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 nein Na toll Das darf nicht wahr sein Das darf nicht wahr sein Da war ich schon fast durch, ey Na, Mann, ey Jetzt kriege ich die ersten Sprünge nicht mehr hin Ne, wieso springt der nicht? Diese Folge hat Überlänge Bitte Sie können kurz auf Pause drücken Dann können Sie kurz auf Toilette gehen Wir werden in dieser Zeit nichts tun, solange Sie auf Pause drücken Zumindest Gehen Sie auf Toilette, holen Sie sich ein paar Chips Und dann Aber bitte nicht Pause drücken Kommen Sie wieder, ein bisschen Popcorn oder so Genau Lassen Sie es ruhig weiterlaufen Dann können Sie vielleicht das Ende dieses Levels sehen Wenn Sie zurückkommen Ich hoffe, Sie nehmen noch Ihr Handy mit auf Toilette Dann zocken Sie noch eine Runde irgendwas Dann sehen Sie das Ende dieser Folge auch Ja, genau das Dann sehen Sie noch das schöne Finale Wow Also jetzt kommen die leichten Sprünge Dann kommt wieder ein schwerer Dann kommen wieder so ganz viele leichter Da denkst du, boah, geil, es läuft, es läuft Nur Gutes, was du hier tust Alter, was, ach, hier drüben geht es weiter Ich dachte, was, das ist doch unschaffbar hier Jetzt kommen wieder dieser Was, was, wo soll ich hin? Nein, schon wieder der Vorletzte Hier ist er nichts Ruffy Ja, warte, ich komme Ja, genau der runter Oh, da bist du aber ziemlich weit Dann komme ich jetzt mal her Nein, ich mache einen Doppelsprung in die Glaswand rein Wo bist du? Wow Ich stehe hier ein bisschen rum Nein Okay, dann hi am Anfang Nee, ich sehe dich einfach nicht Ich bin am Anfang Ja Da, hallo Hallo Ich sehe dich nicht Das liegt bestimmt an meiner schwarzen Skin, dass du mich nicht siehst Ach, komm schon Nein Nein, dann springe ich mal wieder nicht Das ist natürlich Perfekt Für mich Oh, Mann, ey Ich war schon zweimal am Vorletzten, ey Den packe ich einfach nicht Nein, wie er nicht sprintet, wie er nicht sprintet Was für ein Drecksauk, ey Weißt du, da muss ich sagen Das ist angenehmer auf Kuh zu sprinten Weil dann drückst du einfach beides gleichzeitig Ja, theoretisch Ja, besser als Doppel-W Eine Doppel-W Weil ich das die ganze Zeit schon mache Könnte vielleicht dann auch daran liegen, dass ich fade Das mit Kuh ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich niceer Scheiß Niceer Scheiß Nein Zu schnell Ach, der vorletzte Sprung Der vorletzte, ne Der ist so mega krass Ach, komm schon War ich jetzt echt zu schnell für den Sprung BTF Kann ich dein Ernst sein Ach Okay Ich glaube, die Rangliste, wer die meisten hier an Toden hat Das holt sie mich nicht Wie ich einfach schon immer wieder verspringe Zu vergessen Zu vergessen zu springen, ne Ja Ach, komm schon Muss doch nicht sein Ah, Mann Ich seh, dich kurz gesehen Bist noch so in mir enthuscht aus dem Bild Schön, ich freu mich Ich freu mich Du warst vor mir Du bist ja jetzt die ganze Zeit vor mir Alter, tatsächlich fast den ersten Sprung verkackt Ach komm, der sprint wird einfach nicht Traurig gewesen Ja Nein Es funktioniert nicht Alter Nein Einfach mal nicht sprintet Also eigentlich springt man nicht Das ist immer die beste Situation Einfach Mann Wie soll das denn funktionieren, ey Ich hab keine Ahnung Was suchst du eigentlich immer wieder für Karten aus, ne Ich find die Karten an sich nicht schlecht Die Sprünge gehen bis auf der letzte Für mich Oh, ich komm wieder bis nach hinten gerade Das ist Jetzt häng ich schon wieder an dem vorletzten Ich will eigentlich gar nicht Ich bleib bitte stehen Äh Oh, ich knall schon wieder gegen die Gegen die Kante davon Das darf ich nicht schaffen Weil das ist irgendwo ein unsichtbarer Block So an der Seite Weil es einfach drauf springen muss Ja, genau Das wird sein Nein, oh nein Ich aus dem Kriechen einfach von dem Block falle Nein, ich springe einfach nicht Schon wieder nicht Alter, es ist echt zu belastend Besser widerlich springen Wieder nicht springen Wieder nicht springen Als wieder nicht springen Oder so Ja Kann man so sagen Alter, dieses rumgestöhne hier Oh nein Merk dir diese Stelle Merk dir diese Stelle Das war das epischste, was ich je gemacht habe Hä? Ich bin auf dem Nein, jetzt habe ich den ersten Sprung verkackt Ich bin auf dem Block gesprungen Bin hochgesprungen Und bin nach hinten runtergefallen Oh, es ist peinlich, ey Die ganze Folge ist einfach peinlich Sorry, oh Was willst du da sagen? Das fängt schon an, dass du hier so eine Hello Kitty Flauschi Flauschi Fluff Kuchenkarte am Anfang ausgesucht hast Wo wir einfach eine Stunde gefühlt drangesessen haben Und dann abbrechen mussten Dann wählst du die nächste Scheißkarte Wo du einfach wirklich im Lava baden musst Wenn du inkompetent bist Also wir mussten im Lava baden Ich glaube, du bist zu weinerlich Das ist das Problem Boah Dieser Fallsprung, der geht immer, ne? Das ist... Oh, ich bin schon wieder an dem letzten... Vorletzten, meine ich Ich habe keinen Bock da drauf Ich habe ihn geschafft Ich habe ihn geschafft Ich bin am letzten Sprung Ja! Oh! Oh, sauber Oh, ja Ach, komm schon Und du fällst aus der Karte Ja Ey, was ein mega Hodenkack das ist, Junge Super Jump! Na? Super Jump! Willst du nochmal, oder? Mhm Willst du nochmal? Mhm Okay, dann bin ich aber wieder dran Ich wäre für... Komm, Saturn Rings Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen Okay Das könnte die sein, die ich auch schon mal im Let's Play gesehen habe Für mich oder anders Und... Ähm Ja, das ist sie Wir müssen um diesen Planeten rumrum Mhm Na toll Falscher Weg Es gefühlt gibt es ja auch keinen richtigen Weg Wie, es hat er gesprintet, ohne dass ich das wollte? Danke Ach, komm Safety first Lieber immer die sicheren Sprünge nehmen Fickt euch Jetzt muss ich auf den Zaun springen Bei uns ist ein Ender-Drache Hihi Ach, komm Wirklich Zurück Nein, das ist auch scheiße Ich weiß nicht, welchen Sprung ich nehmen soll Boah Ich trau mich gar nicht richtig zu... Nein Ich war so weit Jetzt kommt es in die Kommentare Du warst gar nicht so weit Du warst völlig gut Ja, danke Leute, das weiß ich selber Ihr könnt es mir aber trotzdem reinschreiben Ihr dürft, ihr dürft Ich war aber wirklich jetzt weit Oh Mann Nervlich Toll Was, ich war auch schon ungefähr bei der Hälfte Ein bisschen drüber Ich hab keine Ahnung, wo die hier die Hälfte ist Das kann ich nicht sagen Ja, ich denke wir müssen einmal rum, ne? Ich weiß, das kann nicht sein Dann könnte ich auch bei der Hälfte gewesen sein Durchaus, ja? Ja, wir sind mal ein Stück weiter schon Glaube ich Vielleicht hab ich aber auch eine fehlerhafte Einschätzung Kann sein Ach komm Nein Oh, 5-5 Nein Nein Gesprintet Rückwärts gelaufen Losgesprungen In die Lücke gefallen Und in die gleiche Lücke nochmal gefallen Und nochmal Alter Nein Das willst du gar nicht sehen, ey Du bist immer nur so Nein Nein Na, Eier Wir brauchen Eier Ach Gott Kennst du das, wenn du dann einfach kommst Weil du denkst Oh nein, mit Sprinten funktioniert das nicht Nimmst im Sprung den Sprint raus Und läufst aber gar nicht mehr nach vorne Dass du einfach in der Luft stehen bleibst Und an einem Block, nachdem du abgesprungen bist Einfach runterfällst Wow Wow Ich bin jetzt bei der Hälfte Na, ich nicht ganz Und jetzt geht's nur noch bergauf hier Nein Nein Hi, Kay Hallo Boah, jetzt geht's ja Mega risky Jetzt kommt der kurze Weg Ich trau den Braten hier nicht Die Dinger sind zu nah aneinander gerade Das soll ein Easy Map sein, ja? Naja Okay Die Dinger sind definitiv näher zusammen Als die ganze Kacke in der Lava-Welt Ja, das stimmt Ach fuck, jo man Ist das das Ziel? Ist das das Ziel? Nein, ist es nicht Deck mich am Arsch Ich fall zum Ender-Drachen runter Alter Schwede Das Spiel ist nicht fertig Das zweiteste, was ich geschafft habe War echt die Hälfte zu ungefähr Echt gemein Gemein Dafür zerstöre ich hier den Blumentopf Wo bist denn du? Hallo Warfi Hallo Na, wie geht's dir? So weit, so gut So weit, so gut Gut, 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 gut Hallo Ich will noch einmal. Noch eine, easy. Hashtag, Hashtag Slash Accept. Was schreibe ich denn hier für eine Scheiße? Ich wollte dich nur in Bedrängnis bringen. Oh ja, das sieht aus. So was, genau. So wie die Schienen hier am Anfang laufen. Einfach nur so ein bisschen hoch hüpfen. Ja, das sieht doch nach... Na toll. Ja, super, danke schön. Nein, verkackt. Der erste Sprung oder was? Ja. Aber guck mal, diese Sprünge, das sind einfache Sprünge. Das ist aber machbar, das ist wirklich machbar. Alter. Nein, einen einfachen Sprung nicht geschafft, wo nur eine so eine verkackte Lücke ist. Ach Gott. Alter, okay, ich hab eine Idee. Ja? Was wir uns von irgendwelchen Leuten herausfordern. Ja? Im Jumpen? Nein! Ja, generell in Eins gegen Eins spielen. Okay. Weißt du, man geht in seine... Man guckt so, dass wir beide suchen uns dann... Einer, der gegen uns spielen will, fordert uns beide heraus und muss gegen jeden einmal spielen. Wenn er einmal gewinnt, einmal verliert, muss er nochmal gegen den, gegen den er verloren hat spielen. Okay, das macht Sinn. Und dann, entweder kommt er mit 2-1 durch, entweder kommt er auf zwei Siege oder nicht. Das wäre eigentlich ein cooles Konzept. Bei uns beiden wird er wohl auf zwei Siege gekommen. Ja, bei Jump'n'Run schon. Ja, bei Survival wahrscheinlich auch. Wie wär's mit Snowspeave? Da können wir uns herausfordern lassen. Das können wir, glaube ich. Snowspeave ist ganz gut, ja. So, Leute, wenn ihr uns also eben Snowspeave herausfordern wollt... Oder irgendeinem anderen Eins gegen Eins Spiel, ist ja völlig egal. Genau. Dürft ihr aussuchen. Dann... Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine PN, was auch immer. Wir sind immer dafür zu haben... Und, äh, ja. Ich find, die Karte geht ja eigentlich sogar. Bis auf so... Ach, ein Sprung oder so. Hi, okay. Hallo. Das ist echt teilweise so zum Kotzen, ne? Brain, fuck. Hoch 1000. Nein. Wenn man die leichten Sprünge nicht mehr schafft, weil man einfach zu unkonzentriert ist. Oh. Hä? Na toll. Also ich hab das Ziel auch schon mal gesehen. Ja, gesehen hab ich's auch schon. Du wahrscheinlich jetzt auch. Was für ein Loops denn einfach, ne? Ja. Aber wir können's mir jetzt zugeben. Wie gesagt, wenn ihr uns herausfordern wollt, ich reiß es nochmal an, dann, ähm... Ja. Wir werden's dann abwechselnd immer mal auf Case oder unseren Kanal dann reinhauen. Genau. Machen wir die Wiedergabeliste. Da packen wir natürlich dann alle Videos rein. Wir laden sie halt nur abwechslend hoch. Genau. Und, äh, genau. Ihr, ihr müsst nicht mit aufnehmen, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Oh mein Gott, ich hab nicht mehr Tage öffnet. Und dann, ja. Machen wir halt so eine kleine Challenger-Sache. Ja. Wer gewinnt, habt da die Bestätigung, dass ihr ein bisschen mehr könnt als nichts. Also ein bisschen mehr als wir. Schön gesagt. Und habt den Spaß. Und ihr könnt euch mit uns unterhalten im TeamSpeak, weil, egal gegen wen ihr dann gerade in dem Duell seid, der andere wird sich dazu gesellen und einfach dumme Kommentare geben. Und wir stellen natürlich auch den TeamSpeak, ist klar. Genau, und TeamSpeak stellen wir, was heißt stellen wir, den stellt Micha. Ja. Danke, Micha, an dieser Stelle. Für vieles, auch für den Server, den wir zum Beispiel bei TTT benutzen oder auch bei Minecraft. So, jawohl. Können wir ja mal so anschneiden. Nein, drittletzter Sprung, schon wieder nicht, äh. Mensch, was hast du für eine scheiß Map gewählt? Ich mich. Leck. Mepp mich. Mepp mich, ja. Alter. Alter Schwede. Woah. Ich bin frustriert. Ich bin frustriert. Ich bin frustriert. Bitch, please. Bitch, please. In nur vier Minuten. 1415. So. Was wir uns aber auch noch gerne in die Kommentare schreiben können. Wenn wir in unserer schönen Wiedergabeliste, die ihr gerade seht, ich gehe erstmal kurz noch mal trotzdem in den Super Carriam-Bereich. Wenn ihr in unserer Wiedergabeliste irgendein Spiel seht, was ihr seht, äh, nicht, irgendein Spiel nicht seht, was ihr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare bei dem Kelly oder bei uns. Schreibt es in die Kommentare, genau. Dann werden wir mal gucken, wenn ihr uns noch die Serveradresse zugebt, dann spielen wir es auf jeden Fall mindestens einmal. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und, ja. Ist gar keine Frage, ja? Ja, weiß der Scheiß. Wir prostituieren uns hier gerne für euch. Ja. Komm her, du gala NPC, du, komm her! Ja, super Jump-Shop. Tritt sich halt um, wenn er dich sieht. Auf jeden Fall, wie immer, Verlinkung auf dem Mammut. Guck mal, das wäre nicht schlecht, als Super-Jumpion. Das wäre was für mich. Ja, komm, lass mal üben. Nur so die Wolle-Dinger, weil mein Gott, ich glaube, ich wäre jetzt schon reingefallen. Ja? Ja, ich wäre jetzt reingefallen. Scheiße. Uah. Geschafft. Hallo. Super-Jump. Sechs Wins, one Defeat. Ja. Mir genau andersrum. Kann eigentlich gar nicht sein, du hast eigentlich zwei Wins. Nein, ich habe ein Wins. Das ist aber eigentlich ein Spiel vorher aufgegeben. Also ein Spiel auch aufgegeben. Ja, aber mir stand auch nichts da, dass ich gewonnen habe. Kurios. Ja, okay, dann hier so schlecht-abmod-mäßig einfach Verlinkung und dann bis zum nächsten Mal. Tschö, joh. Tschö. Tschö. Tschö.